Okay, also die Mission kenne ich beispielsweise noch nicht. Jetzt müssen wir Amon zerstören. Ist wahrscheinlich jetzt die letzte Mission, schätze ich. Amon wird sich nicht leicht besiegen lassen. Bereiten Sie sich auf die finale Schlacht vor. Hm. Okay. Aber ich bin doch nur mit Kerrigan dahin unterwegs, oder habe ich mich da jetzt getäuscht? Okay, vielleicht meinen Sie ja seelisch. Ich bereite mich jetzt seelisch auf die letzte Schlacht vor. Okay. 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 Wir reißen die Barriere nieder. Dann bringen wir es zu Ende. Okay. Dann auf zum letzten Tanz, Baby. Lass uns loslegen. Okay. 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 Schauen Sie, ob diese leeren Kristallen meiner neue Wolle und Macht widerstehen können. Warten. Es ist arm und weg. Er hat großen Einfluss hier in der Leere. Das Konstrukt der Klappe wird uns auf Schritt und Schritt angreifen. Es ist Zeit für das letzte Befecht. Nicht genügend erwerben. Ich bin der Klappe, das Teil wurde zerstört. Seine Barriere wird schwächer. Nicht genügend erwerben. Ich werde nicht versagen. Jetzt ist Zeit für das letzte Befecht. Zurück gestehen. So. Ich kann nicht warten. Ich werde nicht versagen. Du wirst nicht warten. Du wirst nicht versagen. Was wirst du überhaupt machen? Okay. 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 Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die hier gleich lang kommen werden. Ich bekämpfe den Feind. Ich sehe zahllose Universen. Es wird geschehen. Was siehst du? Man ruft mich. Ich werde nicht versagen. Jetzt ist Zeit für das letzte Befecht. Ich werde nicht versagen. Ich werde nicht versagen. Man ruft mich. Jetzt ist Zeit für das letzte Befecht. Alter, ist das bald? Das ist meine Last. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Ich bekämpfe den Feind. Nicht genügend Anerkennung. Es wird geschehen. Es wird geschehen. Man ruft mich. Das ist meine Last. Ich kann nicht warten. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Nicht genügend Energie. Das ist meine Last. Ich werde nicht versagt. Ich kann nicht warten. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade hier jemanden langkriechen sehen. Da will jemand vorbeischauen. Was wünschst du? Es wird geschehen. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Ich kann nicht warten. Verdammt. Der Boden unter meinen Füßen bewegt sich. Das bedeutet bestimmt nichts Gutes. Was? Äh, ähm, 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 hallo? Was? Ach du Scheiße. Harmon hat gerade den Boden unter meiner Kommandozentrale aufgerissen. Wir sollen dir gegen so etwas kämpfen. Äh, was war das? Man ruft mich. Wir müssen mehrere Basen errichten, wenn wir Amunds Angriffe überstehen wollen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alle an der Reihe sind. Guter Plan. Ich werde dir nur einen Sparmplaster so schnell es geht platzieren. Echt? Echt? Wüsst du das? Man ruft mich. Es wird geschehen. Das ist meine Last. Ein weiterer Kristall wird uns bald besiegen. Ich werde einige Kriege aussenden, um ihn abzufügen. Ich kann nicht warten. Wer schleimt? Es wird geschehen. Es wird geschehen. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Er schleimt. Er schleimt. Was wünschst du mir? Das ist meine Last. Ich werde nicht versagen. Meine Rufkund. Alter! Ich werde nicht versagen. Es wird geschehen. Man ruft mich. Ich werde nicht versagen. Das ist meine Last. Es wird geschehen. Alter! Ich werde nicht versagen. Das ist meine Last. Ein leeren Kristall stattet uns wieder einen Besuch ab. Raiders, helft dabei, ihn zu zerstören. Ich sehe zahllose Universen. Siehst du das? Das ist schön. Es wird geschehen. Angreifbarer Kristall. Ach, da hinten ist ein... Ich werde nicht versagen. Ich werde nicht versagen. Ich bekämpfe den Feind. Ich werde nicht versagen. Ich werde nicht versagen. Das ist meine Last. Oh Gott, ey. Man ruft mich. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Es wird geschehen. Ich werde nicht versagen. Ich werde nicht versagen. Ich werde nicht versagen. Ich werde nicht versagen. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Alter, war weiter. Ich sehe zahllose Universen. Das gibt es doch gar nicht. Wie soll ich das wissen? Es wird geschehen. Ein leeren Kristall nähert sich meinem Nexus-Punkt. Meine Streitkräfte befinden sich auf dem Weg zu ihm. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Das ist meine Last. Hallo? Was wünschst du? Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Das heißt, mich für Aktivität festgestellt. Es sieht so aus, als er an und meinen Nexus-Punkt für seinen nächsten Angriff ausgewählt hat. Oh, natürlich. Aber sonst geht es nicht. Danke. Hallo? Was ist das denn? Ich werde nicht versagt. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Seid auf der Hut, Kerrigan. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Amon bald euren Schwarmcluster angreifen. Was ist doch wohl ein Witz? Ich kann nicht warten. Sorry. Aber was ist denn das? Man ruft mich. Wie soll ich denn den Kristall jemals erwischen? Wenn hier gleich sowas runtergekracht wird, bin ich doch so gut wie tot, wenn ich den angreife. Man ruft mich. Das ist meine Last. Unsere Drohnen werden angegriffen. Die unendlich schwöre, wie Amons Aufmerksamkeit sich an einen Schwarm richtet. Wir müssen unsere Basis evakuieren, bevor er anreift. Alter. Aber sonst geht es euch. Danke. Mutation abgeschlossen. Ein weiterer Kristall befindet sich auf dem Weg zu mir. Meine Männer werden ihn abfangen. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Er lädt sich ja dauernd wieder auf, ne? Es wird geschehen. Ich versuch's wenigstens. Komm. Los, du Schiffes. Mann ruft dich nicht hinter deinen Kristallen verstecken, Amon. Äh, warum macht ihr denn nicht mit einem Arm? Äh, ja, ja, voll raus. Deine Macht schwindet, Amon. Ich fühle es. Ich nicht. Das ist meine Last. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Der Schwein Klasse. Ich weiß. Ich bin der Streitklasse. Wir haben angegriffen. Das ist meine Last. Man ruft mich. Nicht gewiss Energie. Ich kann dich warten. Man ruft mich. Alter, wie bescheiden ist das denn? Das ist wohl nicht euer Ernst. Oh Gott. Wie soll ich das denn hinkriegen? Vielleicht könntet ihr mir ja mal ein bisschen helfen, ne? Wie steht's denn damit? Schwachmaten. Nein, nein. Ich wette, ich kann die Dinger noch nicht mal zustopfen, wenn ich hier die... ...Kriecher drüber lege, oder? Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Klar, ist schon klar.